Hier ist es für euch, Simon Funke! Ja, Rainer. Ja, Rainer, vielen Dank für diese charmante Einführung. Ich werde über das Thema Mobilität der Zukunft reden. Ist die vegetarisch? Ist es wichtig, dass wir uns mit der Mobilität befassen? Ja, auf jeden Fall. Jeder weiß, Energiewende, uh, ist wichtig. Aber die Verkehrswende wird gern vergessen. Und ich sag mal so, die Energiewende ohne die Verkehrswende ist wie ein schales Bier. Geht schon, aber erst der Schaum setzt dem Ganzen die Krone auf. Deswegen Verkehrswende, Mobilität der Zukunft. Aber was zwingt uns eigentlich, uns so sehr mit der Mobilität der Zukunft zu beschäftigen? Das weiß jeder, es ist der Klimawandel. CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt, Meeresspiegel steigen, Temperaturen steigen. Und in der Zeit von Fake News ist es vielleicht wichtiger, Bilder zu zeigen als reine Daten. Deswegen habe ich euch noch Ludovico Ainaudi mitgebracht, der verdeutlicht, dass die Musik aufhört zu spielen, wenn das Eis geschmolzen ist. So, das heißt, wir müssen uns mit der Zukunft beschäftigen. Aber bevor ich das mache, will ich euch auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Dieser schöne Vulkan, Tambora auf Indonesien, ist im Jahr 1815 ausgebrochen. Die Aschewolke hat sich über die ganze Welt gelegt, Temperaturen sind gefallen. Ein negativer Klimawandel sozusagen. Und das Jahr darauf ist in die Historie eingegangen als das Jahr ohne Sommer. Das führte zu Futtermittelknappheit und Erntemittelausfällen. Das heißt, Menschen hatten zu wenig zu essen, Nutztiere hatten zu wenig zu essen. Und die armen Nutztiere, die es geschafft hatten, noch satt zu werden, die wurden leider von den Menschen gegessen, weil die eben noch mehr Hunger hatten. Und damals waren eben Nutztiere für die Mobilität zuständig und das sah dann so aus. Das heißt, die Menschen mussten sich entscheiden, will ich satt sein oder will ich mobil sein. Beides konnten sie nicht auf einmal haben. Bis eine geniale Erfindung aus Karlsruhe auf die Welt kam. Ihr kennt sie alle, es ist die Dreisine, der Vorgänger des Fahrrads, der hat den Menschen auf einmal erlaubt, yippie, satt und mobil zu sein. Was will ich mit dieser Geschichte zeigen? Naja, ich will verdeutlichen, dass auch in der Vergangenheit die Menschheit immer an einen Punkt gekommen ist, an dem sie ihr Verhalten ändern musste, das Verhalten reflektieren musste. Das bringt mich auch zu meinen Forschungsfragen, die ich hier aufgeführt habe. Erstens, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Menschen um 1815 Vegetarier gewesen wären? Zweitens, ist die Zukunft der Mobilität vegetarisch? Wenn ja, welche Vorteile hat das? Wenn nein, was sind Hemdefaktoren, dass wir heute noch nicht vegetarisch unterwegs sind? Sechstens, wie schreibt man eigentlich den Vulkan Eafjaya Jökül? Und siebtens, was hat der Pfirsich mit der Dreisine zu tun? Zehn Minuten sind eine sehr kurze Zeit, ich muss mich leider auf die Fragen zwei bis fünf beschränken. Also, Mobilität der Zukunft ist die vegetarisch. Um uns das zu vergegenwärtigen, habe ich auch mal zwei Leute mitgebracht, einen Fleischesser und einen Vegetarier, die sich für eine Wanderung verabreden wollen. Hey Russell, was geht? YOLO. What's up? Hast du Bock auf eine Wanderung? Klar habe ich Bock auf eine Wanderung, aber du weißt, ich bin Vegetarier. Hm, ja stimmt, aber wann bist du eigentlich Vegetarier? Naja, Vegetarier zu sein hat eigentlich viele gute Gründe, aber die wichtigsten sind, wenn ihr zu viel Fleisch hättet, dann futzt ihr wie die Klingonen. Mir als Vegetarier kann das nicht passieren. Zweitens, gutes Fleisch verursacht sehr viele Emissionen. Denken wir an die pfützenden Rinder in Argentinien, das Fleisch muss erst herkommen, das ist mit Gemüse anders. Zweitens, gutes Gemüse ist deutlich günstiger als gutes Fleisch. Und drittens, ich kann meinen Salat im Garten anbauen, habe dadurch Versorgungssicherheit. Die eigene Kuh im Garten wird schon etwas schwieriger. Hm, das hört sich ja für mich sehr schön an, aber wo ist denn da eigentlich der Haken? Das Gute ist, es gibt gar keinen Haken, aber du hast schon recht, ich muss mich limitieren. Nimm zum Beispiel unsere Wanderung. Du als Fleischesser kommst weit, ich als Vegetarier mache sehr schnell schlapp. Hm, wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Naja, guck mal, am Beispiel unserer Wanderung. Wenn wir unser Proviant packen, du kriegst schön fünf energiehaltige Stück Fleisch rein, ich zwei Salatkörpe, bumm, Rucksack voll, wenig Energie. Ich mache sehr schnell schlapp. Zweitens, wenn wir Pause machen würden, würdest du deine Wurst in fünf Minuten essen, ich müsste aber die gleiche Energiemenge, einen ganzen Salatback essen und das wird ewig dauern. Aber selbst wenn wir die Zeit hätten, ist es so, dass du eigentlich eine Würstchenbude überall findest, das heißt, du kannst sorglos lov laufen, ich aber im vegetarischen Imbiss muss schon sehr genau vor der Wanderung gucken, wo ich eigentlich hin will, damit ich auch unterwegs satt werde. In meinem Alltag ist das alles kein Problem. Ich kenne meine Strecken, ich weiß, wie viel Energie ich aufnehmen muss, aber für besonders lange Wanderungen muss ich mir eben Gedanken machen, wie ich als Vegetarier mit dir als Fleischesser mitkommen kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Erstens, der Laufstil beeinflusst, wie viel Energie wir verbrauchen. Wenn wir rennen, verbrauchen wir sehr viel Energie. Wenn wir langsam, gemächlich laufen, dann kommen wir auch weiter. Zweitens, ich könnte einen größeren Rucksack mitnehmen als du. Das wäre aber sehr schwer, deswegen müsste mein Rucksack an sich leichter sein. Ich könnte auch selbst abnehmen, dann würde ich weniger Masse mit mir rumschleppen, würde weniger Energie verbrauchen und käme auch weiter. Drittens, wir könnten so machen, du läufst die Strecke durch, ich finde, ich nicht mehr kann, steig in die Bahn und wir treffen uns am Ziel. Wir könnten auch mehr vegetarische Imbisse aufbauen. Noch besser wäre, viel Energie in kurzer Zeit, schnell laden. Ich könnte auch sagen, naja gut, komm, ich bin eigentlich ein Vegetarier, aber wenn ich mal eine lange Wanderung machen will, mache ich eine Ausnahme, ich esse Fleisch, ich bin kein Vegetarier, aber fast, ich bin ein Flexitarier. Wahrscheinlich ahnen es die meisten von euch eh schon, es geht eigentlich gar nicht darum, wie sich Vegetarier in ihrem Alltag mobil verhalten, sondern die Mobilität der Zukunft, die uns alle betrifft. Da glauben viele Menschen ans Elektrofahrzeug, ich auch. Das Problem ist aber, ähnlich für ein Elektrofahrzeug wie für den Vegetarier, es kommt nicht weit. Wärt ihr in einem Elektrofahrzeug nach Berlin aufgebrochen, hättet ihr ein sehr interessantes Spiel verpasst. Deswegen muss man sich auch für Elektrofahrzeuge Gedanken machen, wie kann man ein geniales DFB-Pokalfinale mitbekommen, auch wenn man mit einem Elektrofahrzeug hinfährt. Die Lösungen sind ganz genau die gleichen wie für unseren Vegetarier. Der Fahrstil, wenn wir aggressiv fahren, verbrauchen wir viel Energie. Die automatischen Fahrzeuge von Google, diese rollenden Eier, die machen das Fahren mehr effizient. Dadurch kommen die Fahrzeuge auch weiter. Zweitens, der größere Rucksack in einem Elektrofahrzeug ist eine größere Batterie. Batterien sind sehr schwer, deswegen ist es in Zukunft sehr wichtig, dass wir Batterien leicht machen. Wenn das Auto abnimmt, verliert es an Masse. Großes Potenzial durch Leichtbau. Umsteigen bleibt es gleich, aber diesmal mit Fachbegriff. Intermodalität, gut merken. Ein dichtes Netz an Imbissen ist ein dichtes Ladenetz. Schnellladen übersetzt sich in Schnellladen für Elektrofahrzeuge. Die wohl bekannteste Ladesäule der Supercharger von Tesla. Und ein flexitarisches Elektrofahrzeug ist ein Elektrofahrzeug, was ein Verbrennungsmotor noch mitfährt für lange Strecken. Das ist ein Plug-in-Hybridfahrzeug. Hier eins der ersten Modelle der Opel Ampera. So, wenn man jetzt sich überlegt, wie kann ich eigentlich die Reichweite von Elektrofahrzeugen verlängern, gibt es diese Möglichkeiten. Und was ist das Problem? Das Problem ist, manche, wie der Plug-in-Hybrid, der Antriebsstrang, die Batterie greifen direkt am Fahrzeug an. Andere haben mit dem Fahrzeug überhaupt nichts zu tun. Das dichte Ladenetz zum Beispiel. Und wenn man die jetzt miteinander vergleicht, dann vergleicht man Äpfel mit Bieren. Und genau das habe ich in meiner Dissertation gemacht. Sehr erfolgreich. Äpfel sind rot, Bieren sind gelb. Spaß beiseite. Was ist das Geschickte, um Elektrofahrzeuge beizubringen und dementsprechendes Potenzial zu erhöhen, dass mehr Menschen Elektrofahrzeuge als attraktiv empfinden? Was habe ich herausgefunden? Elektrofahrzeuge haben heute schon Potenzial. Ich nehme auch gern immer noch Wetten an, ob zuerst der Flughafen in Berlin fertig wird oder eine Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen sind. Dieser Witz ist alt, aber leider immer noch aktuell. Zweitens, gewerbliche Flotten sind sehr interessant für Elektrofahrzeuge, da sie a. viel fahren, aber b. oft bekannte Strecken haben. Drittens, der Aufbau von Ladeinfrastruktur ist effektiv und lohnt sich. Das heißt, er bringt viel und ist günstiger als Batterien. Und schließlich ist es so, dass der vorhin gezeigte flexitarische Plug-in-Hybrid, der zwar ein Verbrennungsmotor mit sich fährt, trotzdem sehr, sehr viel elektrisch fährt und dementsprechend eine nicht zu verachtende Option ist, wenn wir unser Fahren sauberer machen wollen. Und zwar nicht mit einer Schummelsoftware wie ein Diesel, sondern in echt. So, was habe ich hier gezeigt? Ich habe technische Lösungen gezeigt. Und Rainer, du hast es vorhin auch ganz zu Anfang sehr schön angesprochen. Wollen wir den Fortschritt technischen Lösungen überlassen? Ja, können wir machen. Wäre die Welt besser, wenn das alles Elektrofahrzeuge wären? Ich würde sagen, ja. Wäre sie perfekt? Ich würde sagen, nein. Nein, Städte voll mit Autos ist nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Ja, ich will mobil sein, aber ich will auch spielen können, meine Kinder spielen sehen, etc., etc. Das heißt, wir müssen den Fortschritt auch selber anpacken. Wir müssen Fortschritt leben. Das sieht dann so aus. Wir haben immer noch Fahrzeuge. Da oben ein automatisch fahrendes Elektrofahrzeug. Super leise, super schnell. Die Sonne scheint, kommt durch. Wir haben Platz zum Fahrradfahren, etc. Alle Menschen sind glücklich und mobil. Vielen Dank. Das war für euch Simon Funke, meine Damen und Herren, aus Karlsruhe.